Sind Sie einer von denen mit den Ego-Problemen, die sich dafür schämen, auf ne Demo zu gehen? Ist ein schönes, reiches Leben, das wonach Sie sich sehnen? Dann sind auch Sie ein Teil vom System. Und darum habe ich alle Stecker rausgezogen, darum ist der Wecker aus dem Fenster geflogen. Ich bin ausgezogen, um mich auszutoben, ich laufe zum Strand und fühle mich wohl bei all den Klaustrophoben. Statt im Internet zu surfen, gleite ich auf dem Surfbrett, dem Horizont entgegen, everything's perfect. Ich will nur noch entspannt sein, will die Beine im Sand einschließen, die Augen und träumen, bei Meeresrauschen und Sunshine. Rechnungen in der Flaschenpost, Palmen mitten im Kreisverkehr, Urlaub machen, wird mich nichts mehr kosten. Jeden Tag bin ich ein Reisender. Wenn das Meer in meiner Stadt wär, es nicht ganz so schwer. Hol das Meer in meine Stadt, damit sich der Horizont erweitert. Ich singe laut, bin bereit, mich zu bewegen. Ich hab mich schick gestylt und gekämmt. Ich muss jetzt raus, bin kurz davor, in einen Club zu gehen. Die Tanzfläche zu stürmen, da gibt's nur ein Problem. Kann mir irgendjemand zeigen, wie man tanzt, denn davor habe ich ne Heidenangst. Bei Frauen hab ich einfach keine Chance, keine Chance, weil ich scheiße tanze. Kann mir irgendjemand zeigen, wie man tanzt, denn davor habe ich ne Heidenangst. Bei Frauen hab ich einfach keine Chance, keine Chance, weil ich scheiße tanze, 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 tanze. Er ist kein Richter und Henker. Er ist ein Richter und Henker. Er ist die Bitch und der Gangster. Er ist der Mensch. Drei Schritte vor und zwei zurück, so näher ich mich meinem Glück. Es geht darum, Gesicht zu zeigen. Wenn wir uns nicht mehr bedrohen und uns nicht mehr beneiden, werden wir Geschichte schreiben.